Tag 2. Sieht ein bisschen aus, als ob der Sturm weggehen würde. Oder besser wird. Ja. Oh, uh, what? Is the situation on the roads any better? Just, uh, give me a sec to get it together. Maybe I need some coffee. I didn't get any shut-eye last night, and... Wait, you didn't sleep? Like, at all? I thought you might need something, and... But I... You didn't go home? Because of me? I'm a workaholic. So, uh, meteorologists are predicting a peak real soon. Probably tonight. You can't move, not just yet. In theory. What do you want to do? I'm not ready for this kind of news at the crack of dawn. I'll eat, and then I'll think about it. It's time for you to take a tour of the pantry. Deal. I'll eat a horse right now. The baked beans will be scrumptious. Mm-hmm. Schön, dass diese Tür hinter mir zugeht, und alle anderen Türen offen bleiben. Irwin sagte, dass es in der Vorhootskammer oder im Kühlraum Bonnen gibt. Ähm, fireplace room. Kitchen dining room. Main floor. Ja, einfach nach links irgendwie. Ich glaub's zumindest hier hinten, doch, oder nicht? Nee, hier eben nicht. Das war das komische Zimmer da. Hier irgendwo entlang Storage. Ich glaube, ich muss mich wahrscheinlich nicht in die Kühlkammer. Ich weiß nicht. Irving. Uh, how long has it been since someone's inspected the pantry? Inspected? You mean stocked? I'd just like to know if I should choose between malnutrition and food poisoning. There'll be tons of things to eat. Mm. Oh, definitiv, keine Mice oder Röscher. Ich bin ziemlich sicher über das. Als ich in der Bühne war, liebte ich Mice. Jetzt werden sie mich überraschieren. Äh, du wirst. Es gibt nichts mehr zu beschäftigen. Es gibt ein wenig Essen, aber es sieht gut aus. Es ist lustig. Ich habe das nicht erwartet. Es gibt eine Friezer. Schau mal da. Okay. Da war mir auch schon da gibt es nichts. Oh! Fucking hell! Lass mich gerade... Natürlich geht die Tür nicht zu. Erfriedungstod. What the fuck? Ernsthaft? Ernsthaft? Was soll ich jetzt tun? Ich muss hier verdammt nochmal raus. Ich muss hier verdammt nochmal raus. Oh, äh, ich habe fast vergessen. Es könnte ein Problem mit der Tür. Nur, sicher, dass es nicht zu閉en ist. Bist du mit mir mit? Nein. Warte. Was habe ich gesagt? Es wäre mehr sinnvoll, das zu wissen, bevor ich in die Tür geholfen wurde. Oh, holy shit. Ich bin ein Sprechskadet. Ja, ich könnte in die Tür sterben haben. Wo geht das eigentlich hin? Wo geht das eigentlich hin? Wo geht das eigentlich hin? Okay ... Ein Wäscherschaft. Okay, hier waren die, glaube ich, auch schon mal, oder? What the fuck? Ich geh' mal lieber zurück. Das hopp, das hopp nicht. Das hopp wirklich. Wirklich einfach seltsam. Sehr lecker. Und jetzt? Das hopp in my room and cry, if that's okay with you. I can't imagine that. He asked me to give you a message. Here it is. He says to... Hmm, this is a swear word and you don't need to hear it. Uh, yeah. Nicole, at this point start assessing the general conditions of the hotel on your own. Jot down what you want to keep. I recommend you start with the second floor. It's surely the most damaged. Please, only call me, if you've got good news. Why? Und wieso ist's hier nass? Und wieso liegen hier Scherben? Und wieso sieht das Männer als immer so schrecklich aus? Heck. Und soll das Blut sein? Vandalismus. Okay, dann ist's bloß Farbe. Vandalen. Gefällt mir alles Ganze gar nicht hier. Ich muss das immer wieder erwähnen. Tut mir leid, aber... Nee. Ich find's gar nicht schön hier. Ab in den zweiten Stock heißt's dann also. Und irgendwann muss ich wahrscheinlich auch in den Keller. Und auf den Dachboden. Aber da hab ich eigentlich gar keine Lust dazu. Aber der Sturm sieht ja eigentlich aus, als ob der weg wäre. Oder zumindest weniger. Dann sollte es doch für uns machbar sein, von hier zu verschwinden, oder nicht? Okay, noch andere Rooms. Aber wir gehen jetzt mal in den zweiten Stock. Die 2. 2017 war die Tote Rose. Ich frag mich, ob das irgendwas zu bedeuten hat. Es gibt ein paar sehr viele Wasserstöne am zweiten Stock. Der Stock ist ziemlich verloren. down. There's some windows missing and water damage, too. Yeah, ich sehe schon Siegnika das schön aus hier. Checkliste. Guestroom Cleaning Checklist. If electronics heating stings and move. Walrats? Enough is enough. 203. Verriegelte Tür. Kostenplan Cancelled. Construction Cost Estimated Worksheet. 912.000 Dollar. Holy Shit. So, eigentlich sitzen wir dann also auf einem riesigen Scherbenhaufen. Hier bin ich. Was ist? Die Halle auf der zweiten Seite ist geschlossen. Die Tür zu der West Wing ist geschlossen. Ihr Vater begann renovations, aber er hat nicht die Bank Loan und musste zu stoppen. Der Scherbenhaufen ist an der Ende des Halles. Seine Mann-Cave. Das bedeutet etwas? Ich versuche so hart zu vergessen, dass das Haus für Jahre altes. Also, die West Wing ist ziemlich rundown, nach dem ganzen Zeitpunkt, ohne Winde. Hallo? Ihr da? Du hast immer eine Antwort auf alles. Was meinst du? Ich habe jokiert, aber es ist nicht lustig mehr. Ich verstehe nicht, Nicole. Ich verstehe nicht, wie sie auf die Füße auf die Füße auf. Ich verstehe nicht, woher zu finden, und dass die Tür zu verbrechen ist. Ich verstehe meine Familie und die Hotels. Es geht um die Füße auf die Füße, um die Inhalte zu isolieren, wie die Timberline. Ich bin da da mit dem Truck jeden Monat seitdem ich bin auf die Füße. Ist etwas falsch? Mhm. Wie sollte ich das wissen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was du weißt und was du nicht weißt. Welche Unterschied macht es? Nichts. Ich... Ich bin sorry, wenn ich dich beschädige. Niemand kann mich beschädigen. Ich werde lieber die Inspektion machen. Trotzdem weiß er irgendwie zu... viel. Der Schimmel können wir nicht melden. Vielleicht das... WTF? Der brochene Fenster? Ey... Es soll doch kein Horrorspiel sein. Aber trotzdem ist es eins. Das ist die Köln. Der fröhlen. Der fröhlen. Wer ist es? Listen, don't sell the hotel. Rachel is still there. Don't sell the hotel. Is this a joke? Who is this? Don't do anything stupid. You're gonna pay for this lame-ass joke. I have a phone, a cell phone, I'm talking with FEMA, and I'm gonna get them to call the sheriff. What the f**k? Come on, roofie, man. Eh? Museum. What? Was war die Nummer? Mit dem? Nothing else that doesn't make sense. The phone lines are down. Leonard stopped paying the bill months ago. I'll ask someone to run a check. What the f**k? I didn't know FEMA had FBI authority. Around these parts, time passes in a different way. Some stories seem like they've been forgotten, but actually they just sink down. Sink down? Like tea leaves in a cup. I think I get it. Almost. That girl's death. Rachel. It was the result of painful events, and now it's someone's obsession. You talking about anyone in particular? Well, her death ruined two families that everyone looked up to. Yours and Rachel's. Your father, McGrath, the genius astrophysicist. And Rachel's father, the upstanding Reverend Foster, known all over the county. Huh. Not something easy to forget around here. You know what I think? They can go get f**ked. Every one of them. I know what we went through. No one else. F**k them. That's just...